Wir hören Vermeer und denken, dass Mädchen mit dem Perlohr gehänge. Aber natürlich ist Vermeers Werk nicht auf dieses eine Bild beschränkt. Vielmehr ist er nicht nur für Kenner der niederländischen Malerei, ein scharf beobachtender Genremaler, der mit wachem Auge und klarem Blick die Menschen seiner Umgebung, allein und in Gesellschaft, in ihrem Habitat, den Räumlichkeiten des alltäglichen Lebens beobachtet, ihre Handlungen und Interaktionen einfängt. Die Gemälde von Jan Vermeer haben eine besondere Wirkung auf uns. Wir betrachten sie nicht, lassen nicht unseren Blick über die Bildfläche schweifen, vielmehr tauchen wir in sie ein, betreten den Raum, sind mit in den Räumen, in und bei der uns dargebotenen Szene und gehen in ihr auf. Von Vermeers Bildern geht auch deshalb eine wahrnehmungspsychologische Sogwirkung aus, der wir uns nur schwer entziehen können, zumal wir uns als Betrachter auch immer wieder mit einem uns unmittelbar ereilenden Blick einer der Figuren konfrontiert sehen. Jan Vermeer, getauft als Johannes Vermeer van Delft, wurde am 31. Oktober 1632 in Delft in der Republik der Sieben Vereinigten Provinzen, heute Niederlande, geboren. Er gilt heute als einer der bedeutendsten Maler des niederländischen Barock im 17. Jahrhundert und ist vor allem für seine präzise beobachtenden Genrebilder und die beeindruckend stimmungsvolle Verwendung von Licht und Schatten in seinen Werken bekannt. Vermeer erlebte das sogenannte Goldene Zeitalter der Niederlande, in der das Land eine politische, wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit erlebte. Als Folge des wachsenden Reichtums und eines rasch emporstrebenden Bürgertums arbeiteten in den Niederlanden um 1650 beinahe 700 Maler, die jedes Jahr über 70.000 Gemälde fertigstellten. Eine in der gesamten Kunstgeschichte beispiellose, hoch organisierte Bilderproduktion mit angeschlossener Logistik, die beinahe industrielle Dimensionen erreichte. Über die Ausbildung des Jan Vermeer zum Maler ist nur wenig bekannt, noch weniger gesichert. Vermeer arbeitete in Delft als Maler und wahrscheinlich als Kunsthändler, was ihm und seiner Familie eine gewisse finanzielle Stabilität verschaffte, obwohl er selbst wohl nie besonders wohlhabend war. Dass seiner Person und seiner künstlerischen Tätigkeit ein gewisses Ansehen entgegengebracht wurde, lässt sich wohl aus seiner zeitweisen Leitung der Lukasgilde der Kunsthandwerker in seiner Heimatstadt schließen. Sein Werk, es ist mit gerade einmal 31 eindeutig vermehrt zugeordneten Gemälden sowie drei disputierten recht überschaubar, ist geprägt von einer außergewöhnlichen Präzision und Detailtreue. Eines seiner bekanntesten Werke ist zweifellos eben jenes bereits erwähnte Mädchen mit dem Perlenohrgehänge, aus welchem dem Betrachter eine junge Frau mit rätselhaftem Blick entgegenschaut. Ihr auffällig glänzender Perlenohrring fängt das Licht ein und ist so ein hervorragendes Beispiel für Vermehrsfähigkeit, Licht und Schatten zu meistern. Diese zeigt sich ebenso in seinen beiden Ansichten seiner Heimatstadt, die in der Anlage unterschiedlicher nicht sein könnten und sich so hervorragend ergänzen. Die Ansicht von Häusern in Delft zeigt in beinahe impressionistisch anmutendem Anschnitt der Szene den frontalen Blick auf die Fassade und Eingangsbereiche von Häusern und Hinterhäusern, eine vollkommen alltägliche, intim vertraut wirkende Szene, die gekonnt mit hell und dunkel und damit mit Raum und Enge innen und außen spielt und diese gegeneinander stellt. Die Ansicht von Delft indes blickt über den Fluss Shree hinweg auf die Weite des Stadtpanoramas am anderen Ufer. Auch hier verändern sich die Lichtverhältnisse zwischen Vorder- und Hintergrund auffällig. Während die vorderen Häuser im Schatten liegen, befinden sich die hinteren, ebenso wie die Uferseite, auf der sich der Betrachterstandpunkt befindet, im Sonnenlicht. Auch hier nimmt der Künstler die später von den Impressionisten intensiv verfolgten Ansätze zur Wirkung des Lichts vorweg. Interessanterweise sind dies aber die einzigen Werke Vermeers, die ihre Szene nicht in Innenräumen finden. Die überwiegende Zahl der Gemälde Vermeers legt aber eine an die Figuren im Bild angebundene Narration. Das Erzählen einer oftmals moralischen Geschichte nahe, wobei sich der Künstler mehr oder minder versteckter Symbolik bedient. So zeigt die Briefleserin am offenen Fenster eine junge Frau vor dem Gemälde eines nackten Amors. Die Obstschale mit Pfirsich und Äpfeln spielt auf den biblischen Sündenfall an. Deutlicher wird Vermeer in einem im Bordell angesiedelten Bild. Hier beobachtet die das Geschäft organisierende Kupplerin aus dem Hintergrund, wie der offenbar betrunkene Freier eine Münze in die Hand der Liebesdame fallen lässt, während er ihr bereits an den Busen fasst. Der Wein in Karaffe, Pokal und Blutkreislauf der beiden Geschäftspartner soll den Betrachter gemahnen, trotz Alkoholgenusses bei klarem Verstand und klarer Moral zu bleiben. Es steht zu vermuten, dass der Mann zu linken Vermeer selbst ist, der hier dem Betrachter ein wenig höhnisch entgegenblickt, so, als wolle er uns auf unsere eigene Fehlbarkeit aufmerksam machen. Das heute als »Das Mädchen mit dem Weinglas« betitelte Gemälde zeigt den Blick in einen Raum, in dem sich drei Personen um einen Tisch gruppieren. Wir erblicken im Vordergrund eine sitzende junge Frau, in kostbarem, rotem, mit goldenen Ärmelstickereien verziertem Seidenkleid, die den Betrachter unvermittelt und direkt, aber lächelnd anblickt. In der rechten Hand hält sie, ein wenig geziert, ein gefülltes Weinglas. Der sich zu ihr herunterbeugende Mann, er scheint um einiges älter zu sein als die Frau, scheint diese mit stützend schiebender Hand zum Trinken animieren zu wollen. Sein Blick von unten herauf in das Gesicht seiner Begleiterin erscheint ungeduldig und ungebührlich forschend, so, als suche er nach Anzeichen von Schwäche. Im Hintergrund erkennen wir einen weiteren Mann, unmittelbar in der Ecke des Raumes am Tisch sitzend, den Kopf auf seine rechte Hand gestützt. Seine Rolle ist und bleibt rätselhaft. Es ist nicht eindeutig erkennbar, ob er schläft, in alkoholgeschwängerte Melancholie verfallen oder schlichtweg gelangweilt ist. Vielleicht ist er aber auch enttäuscht, dass nicht er sich um die junge Dame bemühen kann. Denkbar ist auch, dass er ursprünglich die männliche Anstandsdame für den Herrenbesuch hatte sein sollen. Die Szene wird ergänzt um einige symbolische Details. Auf dem mit einem in kräftigem Ultramarinblau gefärbten Tischtuch bedeckten Tisch, dessen massive Beine darunter hervorragen, steht eine weiße Karaffe mit Zinndeckel wohl für den Wein. Neben einer eher achtlos hingeworfenen Leinenserviette findet sich ein Obstteller mit Fayence in Delfter Blau, ein Produkt der heimischen Porzellanmanufakturen, auf dem zwei Zitronen liegen, die eine unangetastet, die andere bereits zumindest teilweise geschält. Vielleicht eine subtile Vorschau darauf, wie die Umworbene ihre Schale verlassen soll, vom sich bemühenden Freier bloßgelegt wird. Das vom linken Rand in das Bild ragende, offenstehende Bleiglasfenster weist in seiner Mitte ein, in ein Vierpass eingefasstes Wappen auf. Vielleicht das der Familie des Hauses. Ergänzt wird dieses um das Abbild einer Frau, vielfach gedeutet als allegorische Darstellung der Temperantia, der Tugend der Mäßigung, erkennbar an den ihr attribuierten Gegenständen, Winkelmaß und Zaumzeug. Sie ist das motivische Gegenstück zur jungen Frau im Raum und korrespondiert auch farblich mit dieser durch den roten Rock und die goldene Applikation am Ärmel. Das Blau ihrer Bluse findet sich dagegen im Tischtuch wieder. Das gleiche Fenster taucht, dies nebenbei, in verschiedenen Werken Vermeers auf. Es steht zu vermuten, dass es ein real-weltliches Pendant gab, an dem sich der Künstler orientierte. Bemerkenswert ist, wie vermehrt die beiden Frauenfiguren neben der Farbigkeit auch durch das durchs Fenster auf die sitzende fallende Licht verbindet. Auf seinem Weg durch den Bildraum fällt das Licht auf die Schale mit den Zitronen, auf die leuchtend weiße Kanne, auf die intensiv blau strahlende Tischdecke, ehe es schließlich das strahlend rote und goldene Kleid erreicht, um dort im Faltenwurf ein dramatisches Licht- und Schattenspiel zu erzeugen. Die geschickt vom Künstler zwischen diese beiden Flächen angelegte Form der hingeworfenen weißen Serviette steigert mit dem sich nach links und rechts ergebenden Bunt-Unbunt-Kontrast die Leuchtkraft der Farben. Vermehr stellt der warmen Farbigkeit der im Lichte strahlenden, beinahe von einem inneren Leuchten erfüllten jungen Frau die kühle Farbigkeit des Tisches und der sich darauf befindlichen Objekte gegenüber, kontrastiert so die linke mit der rechten Bildhälfte. So dominieren in den in den Fokus gerückten Bildelementen die Primärfarben Rot, Gelb und Blau. Die Leuchtkraft der Gegenstände in dieser Farbigkeit, aber auch die Wirkung des Lichtes wird durch den Qualitätskontrast mit der eher dämmerigen Umgebung noch weiter gesteigert. An der rückseitigen Wand hängt in eben diesem spärlich erhellten Raum das recht dunkle, nur mühsam auszumachende Porträt eines Mannes, vielleicht das des nicht anwesenden Hausherren und Ehemanns der jungen Dame. Er mag aber auch der Vater sein, der mahnend aus seinem Bildnis in den Raum hineinschaut, dabei aber zugleich in obskurer Dunkelheit verschwindet. Nicht zuletzt deshalb wird in einer Lesart dieses Werk vermehrt als eine Warnung vor der aus trunkener Leichtsinnigkeit erwachsenen Zügellosigkeit oder Untreue gedeutet. So ist dann auch die Zweierkonstellation der in Position und Gestik verwobenen Protagonistin im roten Kleid und des scheinbar um sie werbenden Mannes trotz der körperlichen Nähe vor allem von ihrer Unterschiedlichkeit, von der formalen Widersprüchlichkeit der Anlage geprägt. Während die weibliche Figur in ihrer warmen und strahlenden Farbanlage, von den wenigen Parallelen zur Figur im Fenster abgesehen, isoliert und damit besonders auffällig ist, greift die Farbanlage des Mannes einerseits in den Binnenschatten die kühle Farbigkeit des Tisches, andererseits die stumpfen graubraunen Töne der Umgebung auf. Auch die Köpfe der beiden Figuren unterscheiden sich sowohl deutlich als auch subtil. Sie mit ordentlich frisiertem, in Form gehaltenem Haar seines offen und in Strähnen über den Kragen fallend. Sie mit offen dem Betrachter entgegenblickenden Augen, aufrecht und gerade sitzend, eher gebückt, mit ein wenig verschlagen und begehrend von unten auf sie gerichtetem Blick und durch die sich ergebende Perspektive nur bedingt erkennbaren Gesichtszügen, den Betrachter in seiner scheinbaren Präsenz offenkundig ignorierend. Und doch verbindet Vermehr bei aller Trennung die beiden Figuren, schafft im leeren Raum zwischen ihren Köpfen ein intimes Vakuum, eingegrenzt durch ihren Arm und Oberkörper, nach oben hin abgeschlossen durch seine Blicklinie und kulminierend im die beiden sehr real und just noch nicht physisch verbindenden Punkt der sich beinahe berührenden Hände mit dem Weinglas. Der Künstler fokussiert diese sich ankündigende Berührung, beinahe im geometrischen Zentrum des Bildes liegend, mit der auffordernden, drängenden Geste besonders durch den weißberüschten Ärmel des Mannes. Vermehrs Mädchen mit dem Weinglas weist zahlreiche formale und inhaltliche Ähnlichkeiten mit dem offensichtlich verwandten, nur wenig zuvor entstandenen Gemälde Herr und Dame beim Wein auf. Die Abmessungen beider Leinwände sind nahezu identisch. Im jüngeren Bild wird die Szene indes als Hochformat umgesetzt. Der Raum scheint derselbe zu sein, das Muster der Bodenfliesen sowie auch das Fenster mit dem auffälligen allegorischen Wappen erscheinen identisch. Es scheint, dass Vermehr in der späteren Fassung vor allem seine frühere Komposition verändert hat, um sie zu verbessern, zu steigern und zu präzisieren. Der Fokus des Bildes liegt nun eindeutig auf der jungen Frau, die dem Betrachter direkt entgegenblickt. Da sie ihren Kopf wenden muss, um uns anzusehen, – sie sitzt seitlich zum Betrachter – ist klar, dass der Blickkontakt zu uns nicht zufällig sein kann. Er wird aktiv gesucht. Sie wird in ihrer dominierenden Form und Farbe deutlich zu dem Bildgegenstand, zu dem unser Blick immer wieder zurückkehrt. In der unterbrochenen Musikstunde wird Vermehr abermals zu dieser Farben- und Figurenkonstellation, aber auch zum direkten Blick auf den Betrachter zurückkehren. Auch die linearperspektivische Anlage des Raumes und seines Inventars wirkt vertraut. Links begrenzt eine Wand mit Fenster den Raum. Wir sehen direkt auf eine rückseitige Wand mit gehängtem Bild. Der Mittelgrund wird dominiert von Möbeln und einer Figurenkonstellation. In der Musikstunde scheint sogar der stehende Herr, der hier dem Mädchen Musikunterricht erteilt, der gleiche zu sein, der im Mädchen mit Weinglas noch zum Trinken animierte. Wieder werden die Figuren vom durch das Fenster zu linken fallenden Licht stimmungsvoll in Szene gesetzt, werden durch das spannungsgeladene Wechselspiel von Licht und Schatten, hell und dunkel, leuchtend hervortretend gegen in Obskurität verweilend zum zentralen Bildgegenstand. Dieser Fokus auf Farbe, auf Licht und Atmosphäre ist ein wesentliches Merkmal der Arbeiten von Jan Vermehr. Trotz der durchaus narrativen Anlage des Bildes werden eben auch Lichtstimmung und Atmosphäre, Raum und Raumwirkung zum Thema und Inhalt der Werke. Es geht Vermehr also nicht nur um das Erzählen einer Geschichte oder die Darstellung einer in diesen sozialen Gefilden üblichen Situation. Vermehr malt auch das Malen an sich, malt Licht und Bewegung. Der Kunstwissenschaftler Dr. Markus Dick formulierte es wie folgt. Was Vermehr von richtigen Genre-Malern unterscheidet, ist, dass bei ihm das literarisch-anekdotische, emblematische, allegorische stets Mittel eines anderen Zwecks ist. Vermehr gelingt, egal ob beabsichtigt oder nicht, die Befreiung der Bildmittel von ihrer narrativen Bindung. Ihm gelingt es, Farbe, Linienführung, Kontraste, Raumkonstruktion und so weiter so zu organisieren, dass das Wechselspiel von Licht, Raum und Material die Darstellungsfunktion der Bilder, wenn nicht außer Kraft setzt, so doch wesentlich in den Hintergrund treten lässt. Und dennoch ist eben die Erzählung des Bildes zumindest einer kritischen inhaltlichen Betrachtung und Auseinandersetzung wert. In älteren Untersuchungen des Werkes wird gerne von einem eher harmlosen Verführungsversuch des jungen Mannes gesprochen, der versucht, die Dame mit einem weiteren Glas Wein weniger kritisch und wehrhaft zu machen. Andere Deutungen sehen in der aufrechten Körperhaltung, wie bereits erwähnt, Indizien für eine Form des Benimmunterrichts. Horan Fassbinder erkennt in der sicherlich ausführlichsten analytischen Betrachtung des Werkes indes, die über die Verdächtigung der unmoralischen Zügellosigkeit erhabene Wohlgeratene, wenn auch durchaus selbstständige Tochter einer wohlhabenden Familie im Salon ihres großbürgerlichen Hauses. So werden wir hier Zeuge eines durch unser Eintreten in den Raum unterbrochenen, von männlicher Seite vielleicht etwas zu aufdringlich und unbeholfen angelegten Werbungsrituales um die Gunst der jungen Dame. Dass diese dem jungen Mann vielleicht auch gar nicht vollkommen abgeneigt ist, eventuell ein durchaus reales, erotisches Interesse besteht, zeigt die große körperliche Nähe und Intimität, die vielleicht auch auf eine gewisse bereits existierende Vertrautheit schließen lässt. Zugleich zeigt sie ihre Beherrschung und Kontrolle in ihrer aufrechten, beinahe thronenden Körperhaltung einerseits, während der bemühte Freier in seiner gebeugten, fast unterwürfigen Körperhaltung ein wenig die sozialen Grenzen zu denen zu überschreiten bemüht scheint, In seiner farblich unauffälligen, eher schlichten Kleidung und dem offensiv anbiedernden Verhalten sucht er im Werben um die Gunst der Dame die Chance zum sozialen Aufstieg. So wenig sich also die erzählerische Situation und die Intention der uns dargebotenen Szene eindeutig auflösen lassen, so spannend ist aber eben das zugrunde liegende narrative Konzept des Risses im zeitlichen Handlungsablauf, das Kondensieren der Ereignisse auf diesen einen kurzen Moment. Hier wird, so beschreibt Schopenhauer den Daseinszweck der Genre-Malerei, eine flüchtige Szene des Lebens bestimmt, zugleich aber eben in einer ästhetischen Inszenierung die Malerei selbst in ihren Möglichkeiten für den dem direkten Blick aus dem Bild heraus ausgesetzten Betrachter erfahrbar gemacht.